glaubt mir ich bin überhaupt nicht stolz darauf einige von euch werden mich auch wahrscheinlich hassen für das was ich getan habe aber ich bereue es und ich weiß dass es nicht das richtige war wir spulen jetzt zurück ich bin in der siebten klasse wo ich meine große liebe lena kennenlerne mein name ist markus ich bin mit lena in einer klasse wir sitzen quasi so gegenüber voneinander uns trennen so zwei drei vier meter oft haben wir uns angeguckt uns angelächelt sie war so eher so ein schüchterner typ ich war so der offene typ und dann kamen wir in die achte klasse und wir sollten unsere sitzpartner sitznachbarn tauschen und jeder durfte einen wunsch äußern es fing ganz vorne an und lena war so die vierte fünfte person und dann kam sie dran ich beobachte sie und dann sagt die lehrerin zu ihr lena wen wünschst du dir denn als nachbarn für dieses jahr und dann wird sie so rot und sagt so richtig schüchtern und so mit ihrer lieben stimme ich möchte dass markus neben mir sitzt und in dem moment habe ich mir gedacht boah mädchen ich sterbe für dich was ich kam nicht mehr klar ich war so happy die lehrerin guckt so sagt markus bist du damit einverstanden ich habe gesagt ich bin schon gerade dabei meine sachen zu packen um umzuziehen ich gehe da jetzt rüber sagt also willst du es ja natürlich ich setze mich hin ich gucke sie an ich sage hey lena dankeschön das weiß ich sehr sehr zu schätzen sagt ja mich freut es auch dass du jetzt neben mir sitzt sie war so immer schön organisiert hat immer alles da alles schön ordentlich hat hättet ihr ihren schulranzen gesehen und mein schulranzen gesehen ihr hättet gedacht hier millionär und hier absoluter voll assi bei mir flog alles durch die gegend irgendwelche stifte so ganz unten bei den büchern bei ihr alles schön auch ihre federtasche alles so voll schön alles farben sortiert ihr füller ihr bleistift anspitzer radiergummi alles da wo es sein soll ich mache meine federtasche auf bei mir fliegt alles so durch die gegend irgendwelche stifte ohne deckel mein füller keine patrone mehr drin ich habe keine tinte mehr aber meine lena war ja da und bei mir für ordnung zu sorgen sie hat gesagt gibt mal deine federtasche sie nimmt die macht alles schön ordentlich alles vernünftig macht mir so ein zwei patronen rein für mein füller sagt hier ich habe noch ein paar über und sie hat mich auch dann dazu motiviert noch besser zu werden in der schule ich wollte nicht so ein asi neben ihr sein versteht ihr was ich meine so sie sitzt neben mir voll so ein schönes liebes mädchen hat gute noten und rechts der typ der in sie verliebt ist in den sie auch wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch verliebt ist voll der asi so nach dem motto versteht ihr was ich meine ich wurde besser in der schule ich wurde organisierter strukturierter und wir haben die schule gemeinsam beendet wir haben unseren abschluss gemacht wir waren danach noch zusammen auf der berufsschule und in der berufsschulzeit sind wir auch zusammen gekommen wir haben uns öfters auch getroffen haben viele unternommen aber erst wirklich so von der achten klasse achte neunte klasse zehnte klasse waren wir zusammen dann berufsschule sind wir erst zusammen gekommen also erst nach drei jahren oder so kam es dann so weit dass wir zusammengekommen sind wir waren die ganze zeit ineinander verliebt aber irgendwie hat sich niemand von uns beiden so richtig richtig getraut das zu sagen bis ich irgendwann die zwei eier in die hand genommen habe und gesagt habe ich musste jetzt was erzählen ich habe mich in dich verliebt ich liebe dich eigentlich schon seit der siebten klasse sie hat gesagt ich musste auch was sagen ich liebe dich auch seit der siebten klassen haben wir uns umarmt das war einfach das schönste gefühl auf der welt mir gehörte die welt mir gehörte einfach die welt weil ich die tollste frau auf der welt an meiner seite hatte wir haben unsere ausbildung gemacht alles super familien verstehen sich wir waren mal bei den essen die waren mal bei uns essen irgendwann sind wir zusammengezogen und dann habe ich hier einen heiratsantrag gemacht ich habe hier einen heiratsantrag gemacht wir haben geheiratet und das leben wir einfach nur wunderschön sie hat in der bank gearbeitet ich bin versicherungskaufmann gewesen und ich versuche ich gerade auch so das so zu erzählen wie schön das alles war aber das ist gar nicht so einfach weil jeder tag war schön jede minute war schön jede sekunde war schön jede berührung war schön es war einfach alles schön wirklich alles schon allein ihre anwesenheit sie musste nicht mal reden es war einfach alles perfekt auch wenn wir so zusammen spazieren gegangen sind so verliebtes pärchen sie waren mein arm wir haben späßchen gemacht ich habe sie gekitzelt sie hat mich gekitzelt da haben wir uns in den arm genommen und gegenseitig gesagt wie sehr wir uns lieben haben dann irgendwann auch über kinder gesprochen wenn es ein junger wird nennen wir ihn so wenn es ein mädchen wird nennen wir ihn so sie sagt zu mir ja aber ich sagte jetzt schon mal er darf oder sie darf in den ersten jahren kein cola trinken das ist nicht gut für die zähne ist es kein thema kriegen wir hin du entscheidest das du bist die chefin zu hause und du bist für die erziehung verantwortlich und du wirst schon das richtige tun ja und wenn wir einen jung haben dann mache ich ihnen einen zopf was für ein zopf ein mann hat kein zopf was für zopf ja so viele kleine süße zöpfchen ich so guck mal ein junge ist ein junge und ein mädchen ist ein mädchen wenn sein mädchen ist mach ihr zöpfe so viele wie du willst aber ein junge was ist los mit dir ja das sieht doch voll süß aus ich so bitte lass sein mein sohn wird keine zöpfe haben mach das bitte nicht er soll aussehen wie ein junge und nicht nur weil du kein mädchen bekommen hast dass du ihn zu einem mädchen machen willst das funktioniert nicht bitte lass es hat sie nur noch so süß gekichert und hat einfach gesagt ja okay auf jeden fall das waren erst mal so gespräche die wir hatten so was kinderwünsche betreffen wir hatten erst mal ein paar andere pläne wir wollten erst mal wirklich mit beiden beinen richtig standhaft im leben stehen und dann unseren wunsch erfüllen was nachwuchs betrifft irgendwann waren wir dann an dem punkt wo wir gesagt haben was wo ich zu ihr gesagt habe was hältst du davon wenn wir bauen ich verdiene gut du verdienst gut bevor wir hier miete bezahlen jeden monat acht neunhundert euro lass uns doch lieber das an die bank bezahlen und wir haben unser eigenheim bisschen hin und her überlegt wir waren uns schnell einig wir haben uns auf die suche gemacht nach dem grundstück und das gute ist wir leben in einem ort wo eigentlich so junge leute erflüchten weil das ist so alles ländlich dorfmäßig die jungen leute wollen lieber in die start wir wollten aber da bleiben weil das uns auch wichtig war für die kinder und deswegen war es auch nicht schwer schnell ein grundstück zu finden wir haben ein grundstück gefunden haben uns eingetragen wir wurden genommen und haben dann gebaut angefangen zu bauen unser haus stand alles fertig irgendwann sind wir eingezogen und dann kam ihr geburtstag es kam ihr geburtstag wir haben geplant wir haben geburtstag gefeiert in unserem neuen haus es war wirklich wunderschön wunderschön und dann sagt ihre cousine zu ihr lena komm mal ganz kurz ich muss mit ihr reden und ich denke mir so worüber will die cousine jetzt mit ihr reden und dann auch noch so geheimnisvoll und dann standen die unter dem carport ich bin zum badezimmer gelaufen habe fenster aufgemacht bevor die unter dem carport standen und ich stand dann da und habe gelauscht ich bin ehrlich weil mir das ganze sehr sehr komisch rüberkam dann sagt ihre cousine Timo hat letztens nach dir gefragt sie sagt was wollte Timo denn ja der wollte fragen ob du mal mit ihm einen kaffee trinken würdest sie sagt ich kann mit ihm keinen kaffee trinken ich bin doch verheiratet sag ihm das bitte es geht nicht auch wie gerne ich es auch will es geht nicht ich denke mir fast wie gerne ich auch will wer ist dieser Timo was geht jetzt ab ich habe erstmal nichts gesagt ich habe erstmal gewartet bis sie mir vielleicht selber irgendwann das sagt was da genau Sache ist sie wurde auch ab dem Tag so ein bisschen komischer irgendwann wurde sie wieder normal und dann waren wir in einer Kneipe Marienheil die Kneipe heißt Marienheil wir sind da am Wochenende mit Freunden wir trinken wir haben Spaß und ich sehe wie Lena sagt hey wie geht's und umarmt so einen Typen den ich nicht kenne wie geht's dir bla 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 sagt hier das ist mein Mann Markus Markus das ist Timo ich so ach Timo hi ich gebe ihm so die Hand er gibt mir die Hand er sagt zu mir freut mich dich kennenzulernen und ich kam auf mein Leben nicht klar das ist also dieser Timo der mit meiner Frau einen Kaffee trinken will und meine Frau sagt wie gern ich auch würde geht aber nicht und jetzt ist er hier woher weißt du überhaupt dass wir hier sind und was umarmt sie ihn so ich habe sie kurz rausgenommen ich habe gesagt Lena bei allem nötigen Respekt was zu viel ist ist zu viel wenn dieser Typ dich noch einmal mit seinem Zeigefinger berührt breche ich ihn den Finger hast du das verstanden sag ihm dass er dich nicht nochmal anfassen soll und ich will diesen Dully hier nie wiedersehen woher weiß er überhaupt dass wir hier sind sagt ja ich habe ihm Bescheid gesagt das ist doch nichts Schlimmes ich so genau so schlimm wie gern du eigentlich mit ihm einen Kaffee trinken würdest aber es nicht geht weil du verheiratet bist sie sagt achso du belauscht mich also schon sind wir jetzt schon so weit gekommen ich habe gesagt ich lausche dich nicht aber was ist das er sagt das reicht mir jetzt ich gehe jetzt nach Hause und Timo fährt mich was dein Ernst ich sage zu ja okay dann viel Spaß mit Timo tschüss sie steigt ein dieser Timo fährt sie nach Hause ich bin da geblieben ich habe erstmal schön ein Bier getrunken und dachte mir egal es ist wahrscheinlich irgendein alter Freund aus dem Kindergarten oder keine Ahnung was es muss ja schon sehr lange her sein ich bin ja schon seit Jahren mit ihr zusammen noch nie habe ich diesen Namen gehört Timo auf jeden Fall ich bin dann morgens irgendwann nach Hause gegangen sie war nicht zu Hause ich rufe sie an sie geht nicht ran ich bin in der Küche ich schreibe ihr keine Antwort ich rufe sie an Mailbox und von Anruf zu Anruf den ich mache werde ich aggressiver ich werde immer aggressiver irgendwann um halb 10 10 kommt sie ich sitze in der Küche so als würde sie mich gar nicht sehen als würde sie mich nicht sehen legt ihre Handtasche da ab zieht ihre Jacke aus geht ins Badezimmer geht duschen kommt wieder setzt sich vorm Fernseher und macht irgendwas an ich so guten Morgen ich sage morgen ich so wo warst du die ganze Zeit ich habe dich 100.000 Mal angerufen ich war mit Timo frühstücken ich so wo wart ihr denn frühstücken sie sagt ja wir waren frühstücken beim Bäcker wir haben uns unterhalten wir haben einen Kaffee getrunken und jetzt bin ich wieder zu Hause ich so weiß ich nicht bin ich irgendwie was bin ich in deinen Augen nimmst du mich nicht wahr nimmst du mich nicht ernst was ist los mit dir sie sagt ich trinke Kaffee mit wem ich will okay ich bin nicht dein Eigentum jetzt komm auf diesen Film klar und raste nicht aus raste einfach nicht aus und es wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer sie hat mir immer weniger Aufmerksamkeit gegeben wir haben auch nichts mehr miteinander gehabt so richtig da lief nichts mehr mit uns beiden ganz ganz selten und ich denke mir was ist das für eine Scheiße warum nicht was ist denn auf einmal von jetzt auf gleich hat diese Frau sich verändert was ist passiert das Ganze ging monatelang monatelang irgendwann ich bin im Garten auf einmal Häls und Golf 5 direkt vor der Tür macht Fenster runter vom Beifahrer und sagt ist Lena da ich guck so ich so Junge was ist das war dieser Timo wieder ich sag was willst du hier er sagt ja ich geh mit Lena was essen ist Lena deine Frau oder meine Frau wie du gehst mit Lena was essen verpiss dich hier man aber ganz schnell er sagt ja ich warte hier Lena weiß schon Bescheid Lena kommt aufgetakelt einfach durch die Haustür aus der Haustür bis später ciao ich will sie am Arm packen sie reißt sich los sagt lass mich los fass mich nicht nochmal so an okay ich sag was wird das hier man seid ihr irgendwie weiß ich nicht mal bin ich im falschen Film gelandet ist das ein Prank spielt ihr versteckte Kamera was ist hier los steigt ein und fährt einfach los schickt mir eine Nachricht ich bin erst in 3-4 Tagen wieder da Dicker der knallt einfach meine Frau und ich schaue einfach dabei zu ich sage okay komm in 3-4 Tagen nach Hause und dann reden wir kurz bevor sie nach Hause kommt schickt sie mir eine Nachricht und sagt es ist vorbei ich möchte dass du deine Sachen packst und mein Haus verlässt weil sie stand alleine im Grundbuch ich hatte null Recht auf das Haus null ich habe ihr geschrieben okay meine Sachen sind schon gepackt bevor du es mir überhaupt gesagt hast komm nach Hause ich möchte ein letztes Gespräch mit dir und Timo sagt ja okay beide kommen rein Timo stellt seinen Koffer da ab ich mache die Haustür auf wie gesagt die kommen rein ich sage bitte geht ins Wohnzimmer beide laufen ich bin hinter denen ich ziehe Messer und gnadenlos auf Timo rauf 15-16 Mal habe ich ihn in den Rücken gestochen sie habe ich nebenbei gepackt an den Haaren er fällt hin und ich so jetzt bist du dran du dreckiges Stück Scheiße jetzt bist du dran mein Leben so zu knallen für einen Dulli den du was weiß ich woher du ihn kennst und dann habe ich auch auf sie eingestochen unzählige Male sie ist auch hingefallen er liegt da schon aber ich hatte nicht genug ich habe weiter auf ihn eingestochen obwohl er schon weg war Psyche komplett im Arsch ich habe nur noch schwarz gesehen rot gesehen nichts mehr wahrgenommen nichts gesehen nichts gehört ihr beide wollt mein Leben knallen wer und was seid ihr beide wer und was seid ihr beide Doppelmord ich kam in den Knast lebenslänglich die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt über 20 Jahre saß ich wegen dieser Tat im Gefängnis und ich habe mir gedacht hätte das sein müssen wegen ihr und wegen ihm komplettes Leben verpasst ich habe mein komplettes Leben verpasst ich war 22 Jahre alt als ich in den Knast kam 22 mit 43 und paar Monaten kam ich raus Leben am Arsch Leben komplett am Arsch ich bereue diese Tat diese zwei Menschen hätten nicht sterben müssen ich hätte nicht in den Knast gehen müssen ich hätte auch einfach am Ende meinen Koffer nehmen sollen und sagen müssen scheiß auf dich du wirst es irgendwann bereuen du lässt einen Diamanten fallen um Steine zu sammeln die Message auch hinter dieser Geschichte wenn du deinen Partner nicht mehr liebst hast du aber nicht das Recht darauf diesen Menschen wirklich so sehr zu verletzen ihn bewusst zu verletzen kein Mensch hat das verdient wenn du deinen Partner nicht mehr liebst setzt euch an einen Tisch findet eine gemeinsame Lösung oder trennt euch auf einem vernünftigen normalen Wege es hätte nicht sein müssen erstens überhaupt der Mord hätte nicht sein müssen definitiv nicht kein Mensch hat das Recht darauf einen anderen Menschen das Leben zu nehmen egal was passiert sie hätte es nicht vor seinen Augen machen müssen und ihn so kränken müssen und erniedrigen müssen er fühlt sich in seiner Ehre gekränkt als Mann und sieht das als einzigen Ausweg was natürlich kein Ausweg ist und was nicht sein muss man bringt keinen Menschen um erst recht nicht wegen verletzten Stolz oder einer gekränkten Ehre man sollte sich einfach nicht gegenseitig verletzen wenn es nicht mehr passt dann trennt man sich auf einem vernünftigen Weg dass man sich wenigstens danach noch grüßen kann muss man nicht kann man aber aber nicht auf solchen Wegen das war es von mir folgt mir und mein Bramilio auf Instagram abonniert den Kanal aktiviert die Glocke lasst ein Like einen Kommentar da das unterstützt uns wirklich sehr und ich habe auch letztens in der Analyse gesehen Kusis viele von euch gucken sich diese Videos an die keine Abonnenten sind abonniert bitte den Kanal und aktiviert die Glocke unterstützt uns damit bringt diesen Kanal zum Durchdrehen glaubt mir glaubt mir glaubt mir die ein oder andere Story hat schon einige Leben gerettet ich küsse eure Herzen vielen Dank fürs Zuhören schönen Abend noch euer Seid Ibrahim zum nächsten Mal zum nächsten Mal